Jetzt sind sie völlig übergeschnappt. Die Pfälzische Weinkönigin wird es ab sofort nicht mehr geben. Es wird jetzt eine Pfälzische Weinbotschaft drin geben, die keine Krone mehr tragen darf, um die Männer hier nicht zu benachteiligen. Sie verabschiedet sich von der fast 100-jährigen Tradition der Weinkönigin. Künftig können sich nämlich auch Männer bewerben und dann soll das ganz unter einem anderen Titel laufen, und zwar Pfalz Weinbotschaft darf. Eine Schande für die Pfalz und jeder Pfälzer, der weiß, was ich moin, du wärst verrückt, du wärst verrückt. Erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf, heute wieder mit etwas Mundart dazwischen drin. Ich bin wirklich schockiert, ich trinke normalerweise ausschließlich Pfälzer Wein und das, obwohl ich ein Rheinhessenkind bin. Dazu müsst ihr wissen, das Beste, was ein Rheinhesse werden kann, ist eigentlich ein Pfälzer. Ich bin geboren an der Grenze zur Pfalz und ich kann vieles nachvollziehen. Ich kann wirklich vieles verstehen, wenn man mit der Zeit gehen muss, wenn manche Dinge modernisiert werden müssen. Aber ich kann es absolut nicht verstehen, wie eine Kulturtradition, die seit 1931 gepflegt wurde in Rheinland-Pfalz, einfach so beiseitegewicht wird. Einfach so wird jetzt die 85. Pfälzische Weinkönigin Charlotte Weil die letzte Pfälzische Weinkönigin gewesen sein auf unbestimmte Zeit. Der Pfalzweinverein hat sich dafür entschieden, man müsse das Amt in die Moderne transformieren. Dieses Wort transformieren hat bei kultureller Brauchtumspflege überhaupt nichts verloren. Jetzt wollen sie sagen, die Männer seien benachteiligt und diskriminiert gewesen. Jetzt, wo die Entscheidung draußen ist, schreien alle, oh, das kann nicht sein. Und wenn man sich dann die Interviews anschaut, der Landräte der CDU von Frau Julia Klöckner, die mal deutsche Weinkönigin gewesen ist, lange ist es her. Aber ich meine, der Berufsstand war bei der Entscheidung dabei. Letztlich ein Berufsstand, eine Branche hat ja darüber entschieden. Die finden das gar nicht so schlimm, dass man jetzt die Krone nicht mehr hat. Da werden Frauen in eine Ecke gestellt. Natürlich werden Frauen, die sich inszenieren, als eine Weinkönigin in eine Ecke gestellt. Selbstverständlich. Aber das legen sie jetzt hier negativ aus. Soll denn jetzt Disney auch die Königin abschaffen im Schloss? Ich bin wirklich zutiefst schockiert und ich bin wirklich unschlüssig, ob ich weiter Pfälzer Wein trinken kann oder ob es das jetzt gewesen ist mit der Pfalz. Sie wollen hier als einziger deutscher Gebietsverband den Titel der Weinkönigin opfern. Alle anderen Weingebietsverbände in Deutschland halten daran fest und sie schließen die Pfälzer jetzt aus. Denn sie wählen weiterhin einmal im Jahr eine deutsche Weinkönigin. Ab sofort ohne die Pfälzer. Die anderen zwölf Anbaugebiete wollen den Titel Gebietsweinkönigin beibehalten. Auch das Deutsche Weininstitut, das die Wahl zur bundesweiten deutschen Weinkönigin organisiert, will das Wording aus der Pfalz nicht übernehmen. Und damit wollen sie vorne rangehen. Leute, dieser Wein hier kommt aus Bockenheim an der Weinstraße, also Bockenheim in der Pfalz, wenn ihr so wollt. Dort ist das nördliche Tor der Deutschen Weinstraße. Da steht vorne geschrieben zum Wohl die Pfalz, eben aber nicht mehr zum Wohl von uns allen. Wie kann man denn ernsthaft eine fast hundertjährige Tradition einfach beiseite wischen, weil man denkt, Männer müssten jetzt auch Weinbotschafter werden. Völliger Humbug. Außerdem gibt es in der Südpfalz schon den ersten Weinkönig. Aber man möchte eben diese alten Traditionen aufbrechen. Das ist schon sehr... Und warum Männer keine Krone tragen können, Leute, ich verstehe das nicht. Was soll denn das jetzt? Das ist völliger Schwachsinn. Und die CDU ist ganz vorne mit dabei, deutsches Kulturgut einfach zu beseitigen. Ja, sie finden das nicht so schlimm, dass das jetzt nicht... Also, boah, Leute, was ich für Interviews gesehen habe. Da kommt einem wirklich Gift und Galle hoch. Und ich verstehe nicht, warum. Jetzt gab es medialen Aufschrei. Heute ist neue Sitzung des Pfalzweinvereins. Aber sie wollen an ihrer Entscheidung nicht rütteln. Die Pfälzer, sie gehen hier voran. Sie sind jetzt die Aussätzigen in diesem Land, die keine Weinkönigin mehr stellen können, weil es einfach den Titel nicht mehr gibt, um hier dem Vogue-Wahnsinn hinterherzurennen. Da frage ich mich, Leute, kennt ihr eigentlich... Ja, viele schauen zu, die werden das kennen. Wer kennt das Wormser Backfischfest? Viele von euch werden das Backfischfest schon kennen. Also, sie kennen das Backfischfest. Und wer das Backfischfest kennt, der kennt auch die Fischerweder Kerb. Der Bäumeister von der Fischerwede bekommt jedes Jahr eine Backfischbraut. zur Seite gestellt. Der Bürgermeister von der Fischerweide bekommt jedes Jahr eine Backfischbraut zur Seite gestellt, die in der traditionellen Gasse der Fischerweide eigentlich gebürtig sein muss oder einen anderen Bezug zu dieser Gasse hat. Ihr werdet lachen, wenn ich euch sage, da wo das Impressum von diesem YouTube-Kanal ist, in der gleichen Straße wohnt der Bäumeister von der Fischerwede. Herr Trapp, ich grüße Sie, falls Sie das sehen. Er bekommt jedes Jahr eine Backfischbraut. Da ist noch niemand auf die Idee gekommen, ihm jetzt einen Backfischprinzenamt zu drehen, damit die Männer auch mal dürfen. Völliger Wahnsinn, den sie betreiben in der Pfalz. Und hier in Worms, ich warte drauf, dass sie die Backfischbraut jetzt auch opfern, wobei ich noch Vertrauen habe in die Fischerweide. Jungs, die lassen sich das nicht nehmen. Aber der Pfalzweinverein, er entscheidet hier für eine ganze Region, die stark im Tourismus ist, die auch viel davon gelebt hat, dass es zahlreiche Veranstaltungen mit der Pfälzischen Weinkönigin gegeben hat. Nein, sie sind jetzt einfach raus. Und da kann man einfach wirklich nur mal sagen, shame on you, wie sie immer der Polizei hinterherrufen. Shame on you, Pfalzweinverein. Es ist wirklich peinlich, wie ein einfacher Verein hier wirklich deutsche Kultur, Tradition hier einfach ad acta wirft. Seit 2000 Jahren bauen wir in der Pfalz die Rebstöcke an, die uns die Römer gebracht haben. Seit 100 Jahren feiern wir das mit einer Reinkönigin jedes Jahr. Und jetzt ist Schluss, damit der Vogue-Wahnsinn hier regieren kann. Es gibt jetzt dann nur noch Pfalzwein, Botschafter oder Botschafterinnen. Ohne Krone, nur noch mit Anstecknadel. Völliger Wahnsinn. Ich könnte den ganzen Tag mich darüber aufregen, aber es wird wohl eher Zeit, davon einen Tropfen zur Beruhigung zu nehmen. Schwarz-Riesling-Weißherbst ist noch der 22er-Jahrgang. 23er muss ich erst noch bestellen. Aber wie seht ihr das? Rege ich mich zu arg auf? Oder seht ihr das vollkommen gleich wie ich, dass es absoluter Wahnsinn ist, hier deutsche Kultur abzuschaffen? Jetzt gibt es keine Pfälzische Weinkönigin mehr, die deutsche Weinkönigin werden kann. Und von den 85 Pfälzischen Weinköniginnen der Vergangenheit haben wir 10 Mal die deutsche Weinkönigin gestellt. Die Pfälzer, sie waren sogar die Mitinitiatoren dieser deutschen Weinkönigin. Und jetzt werfen sie alles über Bord. So wirst du verrückt? So wirst du verrückt. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Ich bin gespannt, wann sie jetzt hier weitermachen. Und die Braut vom Boyer Meister von der Fischerwäth auch noch genommen wird. Es ist wirklich phänomenal. Und sie sagen, sie wollen das Amt der Weinkönigin transformieren. Nein, man sollte vielleicht den Pfalzweinverein transformieren in einen vom Vereinsverbot betroffenen Verein, der es sich zur Grundlage gemacht hat, das Kulturgut der Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer, vor allem Funde Pelser, abzuschaffen. Ich bin wirklich immer noch zutiefst schockiert. Mein Blutdruck, dem geht es gut. Aber Leute, wie könnt ihr das hier machen und dann noch sagen, das hat was mit dem Gang in die Moderne, mit der Zeit zu tun? Nein, absolut nicht, Leute. Das ist Duckmäusertum vor der gesellschaftlichen Erwartung. Alle sind gleich und gleicher und jeder kann hier jede Rolle annehmen. Ich warte darauf, dass wir dann einen Weihnachtsfrau bekommen, ohne Bart und lauter so einen Schwachsinn, Leute. Was kommt als nächstes? Was kommt als nächstes? Ich bin, nee, 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 nee. Das gibt es nicht. Das kann es nicht geben. Und ich hoffe, dass diese Entscheidung in der Pfalz noch nicht endgültig in Stein gemeißelt ist. Und dass die Pfälzer hier Druck machen. Ohne die Pfalz ist Deutschland sowieso verloren. Das größte zusammenhängende Weinanbaugebiet Deutschlands. Das können wir uns schon mal gar nicht nehmen lassen. In Bad Dürkheim steht das größte Weinfass der Welt, falls ihr das nicht kennt. Es ist wirklich eine wunderschöne Gegend. Wie gesagt, ich komme von da. Die Pfalz, die ist sowas wie Klein Kanada, sagen viele. Viele, die von woanders zuschauen, denken sich wahrscheinlich, was hat der da oben. Aber ich komme aus Rheinhessen, bin gebürtig an der Grenze zur Pfalz, trinke nur Pfälzer Wein. Ich trinke nicht mal Bier, weil ich das alles nicht, ich kann das, geht nicht an mich. Ich bin in einem Weingebiet geboren. Und dann, was haben sie getrunken beim Pfalzweinverein? Moselwein, baden-württembergischen oder doch französischen. Wie kann man zu so einer Entscheidung kommen? Und nachdem es öffentlichen Protest gibt, diese Entscheidung auch noch daran festhalten. Leute, nee, also das ist wie, keine Ahnung, man versucht sich die Schuhe zu binden. Okay, ich lasse das mit den Vergleichen. Das ist alles ungerechtfertigt. Ich finde es schade, dass wir jetzt hier die letzte pfälzische Weinkönigin dieses Jahr sehen. Im September endet ihr Amt. Und dann wagt sie fort, nie wieder hat sie jemand gesehen. Die Krone ist auf nimmerwiedersehen. Und die deutsche Weinkönigin wird nie wieder aus der Pfalz kommen. Das haben sie sich auf die Fahne zu schreiben. Und dafür feiern sie sich. Ich sage euch, das ist ein Schuss in den Ofen. Das wird sogar den Tourismus belasten in der Pfalz. Und dann stehen sie wieder da und sagen, liebe Landesregierung, können wir ein bisschen strukturelle Förderung bekommen? Hier oben, Leute, hier oben, völliger Wahnsinn. Und ihr ganzen Winzer, Leute, wenn ihr was auf euch haltet, macht eurem komischen Verein da mal Druck. Was soll denn das? Ich kann das absolut nicht nachvollziehen. Und ich bitte jeden, wirklich jeden, der das nicht möchte, hier einen Kommentar unten drunter zu schreiben. Und wenn es nämlich zu viele sind, dann können wir auch mal eine Petition starten. Pfälzer an die Front, ja, wir haben Napoleon überlebt, wir haben alles geschafft, ja, die französische besagt. Und jetzt kommt hier der Pfalzweinverein. Und, nee, ich habe kein Verständnis. Das tut mir auch nicht mehr leid, sondern dafür müssen sie bluten. Und bluten werden sie am Ende, wenn ihre Umsätze zurückgehen, weil einfach die Feste nicht mehr da sind, wo es immer hieß, zum Wohl die Pfalz. Jetzt heißt es zum Wohl nicht mehr die Pfalz. Ganz einfach. Schreibt mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video. Abonniere den Kanal X oder Telegram, dass wir hier mal endlich die 100.000 die Woche voll kriegen. Ich bin schon ganz nervös, weil dann kann ich mir so einen YouTube-Play-Button bestellen, der dann in drei Monaten hier ankommt. Aber einen kleinen Erfolg, den darf auch ich feiern. Ich fände den Erfolg viel besser, wenn wir es schaffen würden, dass die Pfälzische Weinkönigin auch nach September mit der 86. Pfälzischen Weinkönigin einfach weitergeht, diese Tradition. Ich kann das nicht ruhen, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, dass sie uns das hier unter dem Hintern wegreißen. Ja, wirklich wegreißen. Abonniere den Kanal, ich sage ciao, bis bald.